Menschen sind von Natur aus voller Schwächen. Dennoch vertraue ich ihnen mehr als den Göttlichen. Ich wandle unter den Sterblichen, während sie in ihren abgehobenen Idealen schwelgen. Ich bin der Knopf, der Geschwörer. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Basalen. Ich weiß, was in meinen Feinden vorgeht. Sie fürchten sich zurecht. Die Basalen sind erschienen. Ich bin der Knopf. Es wird nicht deine Feinden verraten werden. Es wird nicht deine Feinden verraten werden. Ich trage mal. 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 Werde Okay, jetzt lehnen das Schicksal an. Ich war mir selbst. Das war's für heute. 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 Das ist ein Schicksal. Ja, das ist gut. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Schatten sind nicht so dunkel wie man vielleicht Schatten sind nicht so gut Das war's für heute. Ich trage meine Schwächen mit Stolz. 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 Ich trage mein Schwächen mit Stolz. Ich trage meine Schwächen mit Stolz. Ich trage meine Schw emanet. Ich trage sie mit Stolz. Was ist das? 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.